Ich bin mir, um ehrlich zu sein, nicht zu 100% sicher, wie es dazu gekommen ist. Allerdings habe ich das Gefühl, dass sich mein Kanal zum Teil in die Richtung bewegt hat, dass ich als Nicht-Biologe die Evolutionstheorie gläubigen Menschen, welche ein falsches Bild davon haben, regelmäßig erklären muss. Das hat für mich natürlich den großen Vorteil, dass mir vorerst die Videos, zu welchen ich Antworten produzieren kann, nicht ausgehen. Zumal ich dadurch einen guten Grund habe, mein prokrastinierendes Hinterteil dazu zu bewegen, mich tiefgreifender mit dieser Materie zu beschäftigen. Prokrastinierendes Hinterteil im Sinne von, ja, ich nehme nach fast drei Monaten mal wieder ein Video auf. Umso glücklicher bin ich natürlich, wenn ich ein Video auf YouTube entdecke, welches den Titel Jemand glaubt Evolutionstheorie? Das sind unschlagbare Gegenargumente trägt. Allein hierbei könnte man schon aufbringen, dass man die Evolutionstheorie akzeptiert und nicht glaubt, aber damit würden wir ausschließlich pedantisch sein und das machen wir offensichtlich nicht auf diesem Kanal. Dieses Video stammt von dem Kanal Wesleys und wenn ihr die Videos, welche ich hier aufbringe, sehen möchtet, um zu überprüfen, ob ich etwas aus dem Kontext gezogen habe, könnt ihr diese hier oben in der Karte oder unten in der Videobeschreibung finden. Doch wieso sage ich die Videos? Normalerweise antworte ich doch nur auf ein Video. Nun, abgesehen von dem Video, welches die Gegenargumente aufbringt, gibt es noch ein weiteres, welches das gleiche Thema behandelt, allerdings direkt am Anfang ein großes Missverständnis aufzeigt, welches sich nicht außen vor lassen möchte. Wir zerstören heute die Evolutionstheorie, Theorie, die im Unterricht aber als Waren gepriesen wird und die jeder Schüler irgendwie glauben muss, obwohl es eine Theorie ist von Charles Darwin. Und spätestens an diesem Punkt sollte jede Person, welche sich auch nur im Ansatz mit der wissenschaftlichen Methode auskennt, wissen, dass man hier mit einem Menschen spricht, der sich damit noch nicht beschäftigt hat und demnach meines Erachtens auch nicht darüber urteilen sollte. Glaubst du, dass es Erdplatten gibt, welche sich bewegen und unter anderem Erdbeben erzeugen? Cool, dann akzeptierst du eine Theorie. Wie ist es mit der Aussage, dass Keime und Bakterien Krankheiten auslösen? Oder dass sich die Erde um die Sonne dreht? Oder dass die Schwerkraft existiert? Zu all diesen Themen gibt es Theorien. Allerdings keine umgangssprachlichen, sondern wissenschaftliche. Während wir im umgangssprachlichen Gebrauch zwar oft das Wort Theorie verwenden, wenn wir eine erste Idee in Worte fassen, beispielsweise könnten wir eine Theorie haben, weshalb unser Auto nicht mehr anspringt, spiegelt dieses Wort in der Wissenschaft die höchste Stufe wider, die eine Idee nur erreichen kann. In der Wissenschaft muss eine Theorie nicht nur ganz klar beschreiben, welche Faktoren berücksichtigt werden und wie diese miteinander verbunden sind, sie muss vor allem aufzeigen, wie sie widerlegt werden kann. Das da unten ist übrigens eine Quellenangabe. Diese hilft interessierten Personen nachzuvollziehen, woher man das Wissen gewonnen hat, welches man Personen präsentiert, sofern man es nicht aus dem Gedächtnis aufbringt. Doch gerade wenn man eine wissenschaftliche Theorie zerschlagen möchte, welche gut 97% aller WissenschaftlerInnen akzeptieren, sollte man schon gut begründen, weshalb all diese Personen, welche sich zum Teil auf diesen Bereich spezialisiert haben, falsch liegen. Da auf dem Kanal von Wesleys dieses Konzept der Quellenangabe scheinbar nicht verstanden wurde, obwohl mehrere Personen darauf hingewiesen haben, weil es doch einige Menschen oft kritisieren für unsere Quellenangaben, dachte ich, dass ich es hier kurz aufbringe. Da sich die Evolutionstheorie ausschließlich mit der Entstehung der Artenvielfalt beschäftigt, wie aufgrund dessen beispielsweise Tiktaalik, eine der Spezies, welche den Übergang zwischen Wasser und Landlebewesen darstellt, gefunden haben und genau wissen, was sie widerlegen würde, kann man meines Erachtens tatsächlich von einer wissenschaftlichen Theorie sprechen. Doch kommen wir nun zu dem Video, auf welches ich eigentlich antworten wollte. Wie kannst du mit jemandem sprechen, der denkt, die Evolution hat tatsächlich stattgefunden? Wie wäre es mit so wie mit allen anderen Personen? Ich habe mich in letzter Zeit durch die Videos hier auf YouTube wesentlich mehr mit der Evolutionstheorie beschäftigt, als ich es bisher getan habe. Doch trotzdem gehe ich noch immer nicht zu jeder Person und erzähle ihr alles, was ich darüber weiß. Wenn eine Person nicht daran interessiert ist, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Wenn sie vehement anfängt, dagegen zu argumentieren, werde ich natürlich meine Ansicht ebenfalls aufbringen. Aber wenn entweder kein Interesse gezeigt oder schlichtweg gesagt wird, dass man daran nicht interessiert ist, dann belästige ich niemanden damit. Wenn ich beispielsweise nicht an den Ansichten von ChristInnen interessiert wäre, würde ich mir deren Videos nicht anschauen. Wenn ich kein Interesse hätte, meine Meinung bezüglich dieser Videos mit der Welt zu teilen, würde ich diese nicht produzieren. Und wenn eine Person nicht hören möchte, was ich zu sagen habe, was vollkommen legitim ist, dann braucht sie meine Videos nicht schauen. Aus diesem Grund, falls ihr gläubige Menschen seid, zunächst mal danke, dass ihr meine Videos schaut. Allerdings könnt ihr nicht gläubigen Personen auch einfach sagen, dass euch ein gewisses Thema unangenehm ist und ihr nicht darüber sprechen möchtet. Ich denke, dass die meisten Personen sowieso in dieser Art vorgegangen wären. Allerdings scheinen vereinzelte Personen, welche noch immer davon ausgehen, dass wir geschaffen wurden, das Gefühl zu haben, dass sie sich stets rechtfertigen müssen. Wenn ihr zu genau diesen Personen gehört, kann ich euch ausschließlich den ernst gemeinten Tipp geben, dass ihr noch mehr Quellen zurate zieht als nur eure Lieblingsapologeten, damit ihr nicht komplett voreingenommen wirkt. Für mich mag es zwar vielleicht anstrengender sein, mit einer Person wie Stefan Lange vom Kanal Mitdenken zu diskutieren, allerdings schätze ich es wert, dass er den wissenschaftlichen Konsens respektiert und nicht komplett ignoriert, wie es in den folgenden Minuten dieses Videos zu passieren scheint. Also ich habe fünf Fragen für dich, die du dir mal stellen könntest. Und zwar, wenn die Menschen nichts weiter als behaarte Tiere sind. Moment, die neuen Frames mit der Korrektur habe ich gesehen. Allerdings ist das, was tatsächlich gesagt wurde, komplett richtig. Menschen sind behaarte Tiere. Und nicht nur das. Wir haben sogar noch immer an vielen unserer Haarwurzeln, beispielsweise an den Armen, Muskeln, welche dafür sorgen, dass sich diese aufstellen können. Dies sorgte nicht nur bei unseren Vorfahren, welche wesentlich behaarter waren, dafür, dass sie in kälteren Situationen die eigene Körperwärme besser halten konnten. Sie wirken auch gegenüber potenziellen Angreifern größer und demnach einschüchternder. Warum ist dann teilweise die Anatomie und die Wirkungsweise unseres menschlichen Körpers so radikal verschieden von den Säugetieren? Selbst von unseren Affenvorfahren? Von welchen radikalen Unterschieden wird hier genau gesprochen? Zunächst möchte ich aufbringen, dass ich hoffe, dass hier nicht gesagt wird, dass wir von Schimpansen, Bonobos oder Orang-Utans abstammen. Denn das wäre nicht nur absoluter Blödsinn, sondern auch nichts, was EvolutionsbiologInnen jemals behauptet haben. Das Einzige, was die Wissenschaft nämlich tatsächlich aussagt, ist, dass wir gemeinsame Vorfahren hatten, welche weder Mensch, noch Schimpanse, noch Bonobo, noch Orang-Utan waren. Doch bleiben wir bei den Primaten. Was genau sind hier die radikalen Unterschiede? Wir haben die gleiche Knochenstruktur, die gleichen Organe und sind beide am ganzen Körper beharrt, die einen mehr, die anderen weniger. Selbst unsere DNA ist zu fast 99% identisch. Wenn wir behaupten würden, dass das kein Anzeichen auf gemeinsame Vorfahren ist, wäre es dann auch legitim zu sagen, dass asiatische und afrikanische Elefanten nicht miteinander verwandt sind? Immerhin teilen diese ausschließlich 95% ihrer DNA miteinander. Frage Nummer 2. Wieso, wenn der gesamte evolutionäre Prozess auf das Überleben und Gedeihen des Individuums und der Art ausgerichtet ist, ausgerechnet und ausschließlich der Mensch, wir, so eine abartig hohe Intelligenz haben? Weil es sich beim evolutionären Prozess nicht darum dreht, dass wir überleben und gedeihen. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass wir uns fortpflanzen können und somit unsere Gene weitergeben. Selbstverständlich müssen wir bis zu dem Alter, in welchem wir uns schlussendlich fortpflanzen können, überleben. Allerdings weiß ich nicht, weshalb dies notgedrungen etwas mit der Intelligenz zu tun hat. Natürlich haben wir einen gewissen Vorteil, weil wir komplexe Situationen besser einschätzen, als es die meisten anderen Tiere machen können. Und hier bin ich mir nicht mal sicher, ob andere Tiere in spezifischen Situationen nicht sogar besser gewappnet wären, als wir es sind. Doch nur, weil andere Lebensformen diesen nicht haben, hält es sie nicht vom Überleben und der Fortpflanzung ab. Wenn ein Tier überleben und sich ohne Probleme fortpflanzen kann, gibt es keinen Grund, dass mithilfe der natürlichen Selektion eine bestimmte Eigenschaft besonders hervorgehoben wird. Wenn sich selbst der dümmste Fisch genauso gut fortpflanzen kann wie der intelligenteste, ändert sich nichts an der Gesamtintelligenz der Population. Müssten wir nicht eigentlich erwarten, dass sich auch irgendwelche anderen Spezien in der letzten Zeit und in den letzten Jahrhunderten oder Jahrtausend denn irgendwie auch mal weiterentwickelt haben? Haben sie aber nicht. An dieser Stelle nur kurz zwei Punkte. Zum einen, doch, haben sie. Nur weil sie sich nicht im Punkt der Intelligenz auf das Level der Menschen begeben haben, bedeutet das nicht, dass die Evolution scheinbar aufgehört hat. Denn hier kommt der zweite Punkt ins Spiel. Evolution ist kein Leiter und kein Wettbewerb, bei welchem wir Menschen momentan vorne liegen. Wir sind genauso weit in der Evolution, wie es die anderen Tiere, Pflanzen, Bakterien, Viren und so weiter sind, die jetzt im Moment auf diesem Planeten leben. Evolution ist kein Wettrennen. Evolution ist ein Teamsport zwischen allen Lebewesen, weil wir alle aufeinander angewiesen sind. Zum anderen sei natürlich gesagt, dass Jahrhunderte und selbst Jahrtausende in den seltensten Fällen für dramatische Änderungen sorgen. Meines Wissens ist der aktuelle Stand, dass wir vor gut 23.000 Jahren den Wolf gezähmt haben und seitdem in die vielen Hundearten züchteten, welche wir heute sehen. Abgesehen davon, dass wir festhalten können, dass sich Wölfe und Hunde durchaus unterscheiden, sei natürlich auch gesagt, dass durch unsere Intervention, der Vorgang der Evolution, welcher normalerweise in der Natur von alleine abgelaufen wäre, beschleunigt wurde, weil wir entscheiden konnten, welche Tiere nun tatsächlich Nachwuchs bekommen und welche nicht. Würden wir beispielsweise einen Hund züchten wollen, der in der Lage ist, in enge Fuchsbauten zu gehen, könnten wir über mehrere Generationen lediglich die kleinsten Hunde in unserer Obhut miteinander paaren lassen. Nach und nach werden diese immer und immer kleiner und schlussendlich sehen die Nachkommen aus wie ein Dackel und ihr werdet nie erraten, wie diese entstanden sind, im Übrigen weit bevor überhaupt an Darwin gedacht wurde. Hätte der Wolf in der Wildnis einen Feind gehabt, welcher ihn jagte, allerdings wesentlich größer war, so wäre es möglich gewesen, dass der genau gleiche Vorgang auf natürlichem Wege zustande kommt. Die kleinen Hunde könnten sich in die engen Höhlen retten, während die großen von besagtem Feind gefressen werden. Über viele Generationen hätten sich auch in diesem Fall die kleinsten Tiere durchgesetzt. Nächste Frage, wie hat das eigentlich funktioniert? Der Mensch war jetzt da oder auch das Tier. Wie genau wusste das, der Mensch oder das Tier in den ersten 30 Jahren seines Lebens, früher haben die ja nicht ganz so lange gelebt, dass wie Sex funktioniert und wie sie sich produzieren können, bevor sie gestorben sind? Zu Anfang mussten sich die Lebewesen nicht mittels anderer fortpflanzen, sondern konnten dies vollkommen alleine tun. Schlussendlich war es einst nicht mehr als der reine Akt der Zellteilung. Da sich hierbei allerdings kein evolutionärer Fortschritt wirklich durchsetzen konnte, weil dieser ausschließlich auf einzelnen Mutationen beruhte, die sich nicht auf die gesamte Population auswirken konnte, war es von Vorteil, wenn sich zwei Zellen zusammensetzten und im Grunde ein Gemisch ihres Gencodes an die nächste Generation weitergaben. Aus diesen Einzelnen entwickelten sich irgendwann multizelluläre Organismen, welche nach und nach ihre eigenen Funktionen im Geschlechtsakt perfektionierten. Im Grunde kann man sagen, dass genau dieser vor dem Bewusstsein kam. Als sich nun schlussendlich denkende Lebewesen entwickelten, war es einfach so, dass die Lebewesen, welche einen Drang nach Sex entwickelten, sich vermehrten und diesen an ihre Nachkommen weitergaben, während die, welche diesen nicht empfanden, ausstarben oder andere Wege zur Fortpflanzung fanden. Die fünfte Frage, sehr gute Frage, warum ist die Gesamtzahl aller Fossilien, die wir in jahrhunderterlanger Suche, also in den letzten Jahrhunderten, gefunden haben, die vom Vorfahren des Menschen standen, sind das eigentlich so viele, dass sie buchstäblich in einen einzelnen Sarg passen? Aufgrund dessen, dass hier erneut keine Quellenangaben gegeben sind, kann ich nur vermuten, dass diese Aussage von irgendeinem Apologeten stammt, der sie von einem anderen Apologeten gestohlen hat, der sich auf Dave Scott von der Uncommon Descent Community, welche scheinbar das Intelligent Design verteidigen möchte, bezogen hat. Hier könnte man bereits aufbringen, dass man von einer sehr voreingenommenen Quelle ausgeht. Doch das wäre natürlich noch nicht genug. Abgesehen davon scheint diese Behauptung vor dem 5. Mai 2007 gemacht worden zu sein. Denn zu diesem Datum habe ich einen Blogbeitrag gefunden, welcher bereits erklärt, dass diese Aussage absoluter Blödsinn ist. Zum einen kann man natürlich aufbringen, dass zu diesem Zeitpunkt, laut dem Beitrag, über 400 Fossilien von Neandertalern gefunden wurden. Doch selbst wenn dem damals nicht so gewesen wäre, hätten wir seitdem noch immer mehr als 15 Jahre weiter forschen und mit fortschrittlicher Technologie viele weitere Fossilien finden können. Außerdem sei natürlich auch gesagt, dass nicht jedes Lebewesen, welches stirbt, auch Fossilien hinterlässt. Dies ist nämlich, um genau zu sein, ein sehr, sehr, sehr seltener Prozess. Wenn wir auch nur ein paar Knochen einer Spezies finden würden, wäre das bereits ein gutes Anzeichen dafür, dass es sehr wahrscheinlich einen Haufen weiterer Lebewesen dieser Art gab. Du hast vielleicht schon von der Kamprischen Explosion gehört. Das ist eine winzige Phase in der Erdgeschichte, in der praktisch alle heutigen Tierstämme auf einmal aufgetaucht sind. Beinahe über Nacht. Ohne irgendwelche belastbaren Hinweise auf ihre Vorfahren. Und nicht nur das, sondern auf einmal gab es Arten von Körperbauten, also wie Körper gebaut waren, zu denen bis dahin überhaupt noch keine Vorgänger gefunden wurden konnten. So etwas gab es vorher noch nie und danach auch nicht. Und die Ursache kann die Wissenschaft überhaupt nicht finden. Man möge beachten, dass zu dieser Zeit die heutigen Tierstämme aufgetaucht sind und nicht die heutigen Tierarten. Innerhalb dieser 400.000 Jahre, was in den Augen der Wesleys eine ziemlich lange Nacht zu sein scheint, Beinahe über Nacht. haben sich beispielsweise frühe Wirbeltiere entwickelt. Selbst wenn wir ignorieren, dass es durchaus Hypothesen gibt, welche versuchen, die Kamprische Explosion zu erklären, wie zum Beispiel ein starker Anstieg des Sauerstoffgehalts in der Umwelt oder der generell wachsende Druck durch andere Lebewesen, welche durch neu entwickelte Sehnerven zur Bedrohung wurden, würde dies noch immer die Frage aufbringen, wie wir von diesen Lebewesen zur heutigen Artenvielfalt gekommen sind. Mit anderen Worten, dadurch, dass hier der wissenschaftliche Konsens akzeptiert wird, akzeptiert man auch, dass es diese Vorgänger der heutigen Lebewesen gab. Wenn es allerdings die Vorgänger sind, müssen sie sich irgendwie verändert haben, damit die heutigen Tiere so aussehen, wie sie aussehen. Und wie nennt man eine solche Veränderung in wissenschaftlichen Kreisen? Richtig, Evolution. Das waren unsere Fragen, jetzt kommen wir aber zum spannenden Teil. Siehst du diesen Zauberwürfel hier, hast du bestimmt auch schon mal gemacht. Der funktioniert dann, wenn alle 27 Teile genau in ihrer exakten Form sind, an dem Ort, wo sie sein müssen. Normalerweise musst du ihn auch so drehen, dass alle die gleichen Farben haben, das schaffe ich nicht. Jedes einzelne Teil von der Statik her benötigt alle anderen Teile. Wenn also eins der 27 Teile nicht genau an dem Ort wäre, dann würde der Würfel nicht funktionieren, du könntest sie nicht richtig drehen und er könne das Bild nicht abgeben. Wird wahrscheinlich einfach auseinanderfallen. Also in einem Satz, der Zauberwürfel kann mit 26 oder weniger Teilen gar nicht bestehen. Das heißt, ein Zauberwürfel kann nicht sukzessiv, also ein Entwicklungsschritt, nach dem nächsten gebaut werden. Das ist mechanisch gar nicht möglich. Alle Teile müssen gleichzeitig an diesen Steinen drangesetzt werden, nur dann kann er funktionieren. Das hier ist ein Zauberwürfel. Bei diesem habe ich einige der Teile entfernt. Nun kann ich ihn natürlich nicht mehr so verwenden, wie man ihn normalerweise verwenden würde, wenn er zusammengebaut ist. Trotzdem kann ich ihn noch immer drehen. Diese Funktion hat er also beibehalten. Und zusätzlich könnte ich ihn auch als kleine Treppe verwenden für Tiere, welche beispielsweise nur maximal vier Zentimeter am Stück hochsteigen könnten. Worauf ich hiermit hinaus möchte, ist, dass wir nicht zwangsweise die gleiche Funktionalität des Zauberwürfels behalten müssen, damit er in einer reduzierten Form einen Zweck hat. Der Punkt, an welchem diese Analogie allerdings komplett zerfällt, ist, dass wir in Betracht ziehen müssen, dass sich der Zauberwürfel nicht fortpflanzen kann. Erzähl mal wieder zusammenbauen. Er ist übrigens wieder ganz. Der Zauberwürfel hatte im Gegensatz zu uns keine Zeit über viele Generationen verschiedener Eigenschaften zu entwickeln, indem Mutationen bei der Fortpflanzung auftraten. In einigen Fällen sind diese Mutationen von Vorteil, wie zum Beispiel die, welche für den Fortbestand der Toleranz von Laktose sorgt. Und andere würden zu einem Nachteil führen, weshalb man womöglich nicht bis zu dem Alter lebt, in welchem man sich fortpflanzen und demnach diese schädlichen Mutationen an die nächste Generation weitergeben kann. Das generelle Konzept, welches hier angesprochen wird, ist das der irreduziblen Komplexität. Dies ist ein Argument, welches regelmäßig von KreationistInnen aufgebracht wird, allerdings bereits 2005 von einem amerikanischen Gericht widerlegt wurde. Gehen wir allerdings trotzdem kurz auf einige der hier genannten Beispiele ein. Der Blutkreislauf von den meisten Säugetieren. Fangen wir ganz am Anfang an. Für einen Blutkreislauf benötigen wir Blut. Und wir können davon ausgehen, dass die frühesten Lebewesen genau dieses nicht hatten. Falls das bereits absurd wirkt, schaut euch Meeresschwämme oder Quallen an, welche auch heute noch nicht darauf angewiesen sind. Wir können davon ausgehen, dass auch die ersten Lebewesen so simpel waren, dass sie kein kompliziertes System benötigten, um ihre Zellen mit Sauerstoff zu versorgen, weil dieser direkt von ihnen aufgenommen wurde. Wann sich das Blut nun exakt entwickelt hat, können wir nicht genau sagen, weil wir kein Fossil von einer Spezies haben, welches es vermutlich als erstes entwickelt hat. Doch wovon wir ausgehen können, ist, dass es einige Merkmale hatte, welche auch alle heutigen Lebewesen haben, die einen Blutkreislauf besitzen. Wir können davon ausgehen, dass es bilateral symmetrisch war, also dass zumindest äußerlich die linke und rechte Seite des Körpers gespiegelt wirken. Außerdem könnte es einen Hohlraum im Körper besessen haben, in welchem wir heutzutage beispielsweise all unsere Organe untergebracht haben. Blut an sich könnte sich entwickelt haben, weil Lebewesen komplexer und nicht mehr alle Zellen ohne weiteres mit genügend Sauerstoff versorgt wurden. Daraufhin, als sich dies in mindestens einer Spezies durchgesetzt hat, wäre es ebenfalls von Vorteil gewesen, wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, dass das Blut zirkuliert. So haben sich vermutlich einzelne Gefäße durchgesetzt, welche das Blut an einem Ende des Körpers sammeln und zum anderen transportieren. Ein ähnliches System können wir auch heute noch in vielen Insekten auffinden. Nach und nach wurden die Körper komplexer und das Blut musste an mehr Stellen im Körper vorhanden sein. Das bedeutet auch, dass die einfache Kompression zur Transportation irgendwann nicht mehr ausgereicht hat und Lebewesen, welche eine Alternative dazu entwickelten, einen Überlebensvorteil hatten. Wie sich aufgrund dessen das Herz entwickelt hat, können wir aufgrund der Stadien während der Schwangerschaft gut abschätzen. Doch hierzu habe ich euch unten in der Beschreibung auch noch ein Video verlinkt. Die Fortbewegungsmechanismen. Auch hier dreht sich alles um Überlebensvorteile. Nachdem sich bei multizellulären Lebewesen im Wasser Flossen entwickelt haben, weil sie mit diesen zu potenzieller Nahrung hin bzw. von potenziellen Gefahren wegschwimmen konnten, war eine gute Grundlage gegeben, auf welcher die evolutionären Prozesse unter den richtigen Bedingungen aufbauen konnten. Diese Bedingungen könnten beispielsweise sein, dass Lebewesen Sauerstoff direkt aufnehmen können. Oder aber auch der Vorteil, welcher sich ergibt, wenn man von außerhalb des Wassers Ausschau nach potenziellem Futter halten kann. Diese Übergangslebewesen konnten zwar vielleicht nicht mehr so gut schwimmen, wie wenn sie im Wasser geblieben wären, doch das wäre auch nicht mehr nötig gewesen, wenn sie abschätzen konnten, wo sie die besten Chancen hatten. Umso mehr Raubtiere nun an Land waren, umso höher war natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Spezies eine andere jagte. Hier könnte sich also eine Art evolutionäres Wettrennen entwickelt haben, bei welchem Lebewesen bessere Überlebenschancen hatten, wenn sie sich besser und effektiver an Land fortbewegen konnten. Das menschliche Immunsystem. In einigen frühen multizellulären Lebewesen haben sich Amöben eingenistet und die dort auftretenden Bakterien zur Energiegewinnung gegessen. Dies hatte Vorteile für die Lebewesen, weil sie vor den Bakterien geschützt waren und für die Amöben, die sich fortpflanzen konnten. Über viele Generationen entwickelten sich so weiße Blutkörperchen, welche uns auch heute noch vor anderen Bakterien, welche ebenfalls wesentlich weiterentwickelt sind, schützen. Und die Existenz der biologischen Zellen und noch einige mehr. Wenn hiermit gemeint ist, wie die ersten lebenden Zellen entstanden sind, muss ich mich geschlagen geben und aufgrund von einem einzigen Faktor zugestehen, dass dies nicht mittels der Evolutionstheorie zu erklären ist. Es handelt sich hierbei nicht um einen evolutionären Prozess, sondern die Abiogenese. Diese ist ein komplett separater Bereich innerhalb der Biologie, der zwar noch keine einheitliche wissenschaftliche Theorie hat, wie es beispielsweise bei der Evolutionstheorie der Fall ist, allerdings viele Hypothesen, welche beispielsweise zum Miller-Urey Experiment geführt haben, bei welchem aufgezeigt wurde, dass sich Aminosäuren unter natürlichen Umständen von selbst bilden können. Im Folgenden wird noch aufgezeigt, wie wundervoll und durchdacht doch so viele Eigenschaften des menschlichen Körpers sind, ohne auf die einzugehen, welche designtechnisch ein absolutes Desaster wären. Um hier ein paar kleine Punkte aufzubringen. Wir besitzen den Kehlkopfnerv, welcher vom Gehirn runter in den Brust rum geht, sich dort um die Aorta legt, um dann schlussendlich wieder beim Kehlkopf zu landen. Die Röhre, welche dafür zuständig ist, dass wir Luft bekommen und demnach nicht verstopft oder mit Flüssigkeiten befüllt werden sollte, ist genau die gleiche, welche wir zum Essen und Trinken verwenden. Wir haben einen blinden Fleck im Auge, den unser Gehirn irgendwie überdecken muss, welchen andere Lebewesen, wie zum Beispiel Oktopoden, nicht haben. Während Haie niemals aufhören Zähne zu produzieren, bekommen wir lediglich zwei Sätze, von welchen der zweite bei vielen Personen zu extremen Platzproblemen im Kiefer sorgt. Und zu guter Letzt muss bei der Geburt sinnbildlich eine Melone durch ein Loch gepresst werden, welches definitiv nicht den Durchmesser einer Melone hat. Versteht mich bitte nicht falsch. Die Evolutionstheorie ist nicht einfach zu verstehen und ich möchte hier auch nicht so tun, als hätte ich diesbezüglich keine Fragen. Ich bin Mediengestalter und kein Biologe. Einige der Konzepte habe ich bis heute noch nicht vollumfänglich verstanden und ich möchte auch offen und ehrlich sagen, dass meine Erklärungen sehr wahrscheinlich die ein oder anderen Fehler beinhalten, auf welche mich hoffentlich Personen, die sich in diesen Gebieten auskennen, hinweisen. Trotzdem ist es besonders heute im 21. Jahrhundert auch kein Problem, die Antworten auf jegliche Fragen und potenzielle Folgefragen im Internet zu finden. Klar, viele Quellen findet man nur auf Englisch. Aber die Wesleys haben einen englischsprachigen Film produziert, der, sagen wir mal, nicht bei allen positiv ankam. Allerdings sollte das zeigen, dass sie durchaus in der Lage sind, beispielsweise Videos von PBS oder ähnlichen Kanälen zu verstehen. Es ist gut, Fragen zu haben und diese zu stellen. Allerdings ist es ein logischer Fehlschluss, aufgrund dessen, dass man sie nicht selbst spontan beantworten kann, zu einer anderen Erklärung zu springen, welche man in sich selbst nachweisen müsste. Das ist nicht nur Schwarz-Weiß-Malerei, sondern auch der Lückenbüßer-Gott. Und wenn dieser tatsächlich existiert, hat er definitiv mehr verdient. Aber hey, vielleicht macht die Evolutionstheorie ja doch keinen Sinn und ihr könnt nachweisen, dass die einzige Alternative genau euer Gott ist. Lasst mir in diesem Fall gerne eure Begründung in den Kommentaren. Wenn ihr an weiteren Behauptungen von KreationistInnen interessiert seid, habe ich hier drüben zwei Videos für euch. Und wenn ihr möchtet, dass ich einen Blick auf weitere Kreationen von den Wesleys werfe und hier gibt es definitiv mehr als genug zu sehen, dann gebt mir doch einfach in den Kommentaren Bescheid. Lasst mir gerne einen Daumen hoch und ein Abo da, damit ihr diese Antworten nicht verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video und in diesem Sinne, bis dann.